hallo und herzlich willkommen schön dass du wieder zugeschaltet hast ich wollte heute in der waffensachkunde oder im teil unserer waffensachkunde über mahegen sprechen also diese langen messer hier die natürlich unter das führverbot des paragrafen 42 fallen da ihre länge deutlich also die klingenlänge deutlich über 12 cm liegt und dann wollte ich heute von euch wissen was passiert wenn man das so gestaltet dass man diese mahete also dieses lange messer hier was ja nun keine waffe ist wenn man das ein klappen könnt da gibt es hersteller die sind da ja ganz pfiffig die haben solche teile zum klappen gemacht das heißt wir haben hier ein großes klappmesser ich würde sagen sogar taschenmesser wie seht ihr das schreibt mir in die kommentare darf ich dann so ein klappmesser als es eine klappmacher hätte wenn ich das jetzt hier so einfach ein klappen könnte das heißt wenn der griff so gestaltet ist dass sie die ein klappen könnte und damit ein großes klappmesser hätte also keine waffe sondern ein riesiges paschenmesser wenn ich das ein klappen darf ich es dann mitführen also einfach in die manteltasche rein und darf ich es dann mitführen das ist meine frage hier an euch schreibt mir bitte in die kommentare wie seht ihr das ist es dann in ordnung verstoße ich damit nicht gegen das waffengesetz wenn ich so eine mahete bei mir trage wenn man die einklage so dürfte ich das nicht ich müsste sie erst verpacken mich dann abschließen und könnte sie dann von a nach b transportieren das ist klar aber wenn ich sie eben nicht verpacken wenn ich sie einfach in die manteltasche ja auch wenn es schwer ist in die manteltasche stecke wie ist es dann kann ich die dann mitführen oder nicht schreibt mir in die kommentare ich bin schon gespannt und schreibt mir vielleicht auch noch wie ihr das findet dass es im waffengesetz eben so oder so ist ich freue mich bis dann ciao